Musik Jeder kennt sie, jeder verwendet sie, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich. Die Leiter ist ein nützlicher Begleiter. Allerdings kann die Leiter auch eine Gefahrenquelle darstellen, wenn man sich nicht etwas damit auseinandersetzt. Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten Fragen, die man sich zu Herzen nehmen sollte. Habe ich überhaupt die richtige Leiter? Jede Situation hat andere Gegebenheiten. Hat die Leiter einen guten Stand? Basteln ist hier der falsche Weg. Alle Steher sollten gut und sicher am Boden stehen. Hier gibt es mit Verlängerungen gute Varianten, die Sicherheit zu gewährleisten. Passt die Länge? Die Leiter sollte mindestens einen Meter über die Ablage überstehen. Kann die Leiter seitlich kippen? Lieber einmal mehr umstellen, heißt hier die Devise. Musik Stimmt der Anstellwinkel? Mit einem einfachen Test ist dies überhaupt kein Problem. Und zum Schluss passt der Untergrund. Die Leiter sollte nicht an zerbrechliches Material angelehnt werden. Musik Mit diesen Fragen kann das Risiko eines Unfalls minimiert werden, wenn man sich zusätzlich noch in der richtigen körperlichen Verfassung befindet, also nicht müde oder unkonzentriert, steht dem Aufstieg nichts im Wege. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020